Liebe Teilnehmer, schöne Grüße von Evidence. Es freut uns, dass hier bei der Frage- und Antwortrunde mit Abdel auf meine Reitige bei Teilnehmend heute. Ich werde nur kurz ein paar einführende Worte sagen zum Ablauf vor allem. Wir wollen ja, dass möglichst viele Fragen auch gestellt und beantwortet werden können. Wie ihr bestimmt wisst, haben wir schon einige Fragen zugesandt bekommen im Vorfeld. Wir werden also einige aus dieser Liste, also die werde ich dann vorlesen zur Antwort, zur Beantwortung. Dann habt ihr Fragen schon im Chat, da werde ich dann auch ab und zu eine vorlesen. Und wenn ihr ein Handzeichen gebt, dann interpretiere ich das so, dass ihr die Frage gern mündlich stellen wollt. Das geht natürlich dann auch, dann rufe ich ab und zu mal einen auf, der eben dann verbal hier sich beteiligen kann. Wichtig ist, dass ihr bitte die Fragen kurz und prägnant haltet. Ja, und wenn Abdel auf mein Reitigeld aus bestimmten Gründen eine Frage nicht beantworten möchte in diesem Rahmen, dann bitten wir das auch zu akzeptieren. Lieber Abdel auf mein Reitigeld, ich übergebe dann an dich. Bismillah. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Interessierte, liebe Anwesende, liebe Teilnehmende, liebe Männer, liebe Frauen. Ich lasse es mal ganz locker und offen. Das heißt, ich bin im Grunde für fast jede Frage bereit. Wie eben angekündigt, es gibt einige Fragen, die aus Persönlichkeitsrechtsbewahrung, die aus rechtlichen Umständen und so weiter für diesen öffentlichen Rahmen nicht geeignet sind. Das heißt nicht, dass die Fragen gar nicht beantwortet werden können, aber in diesem Rahmen zumindest nicht. Das heißt, wenn ich eine Frage ablehne, dann kann das unterschiedliche Gründe haben. Aber auf jeden Fall überlege ich mir bei jeder Frage, die ich höre, wo sie gestellt wird, ob sie für diesen Rahmen geeignet ist. Deswegen wäre es auch schon sinnvoll, wenn diejenigen, die die Fragen stellen, daran auch schon im Vorfeld denken. Also wenn Sie zwei oder drei Fragen auf dem Herzen haben, dann wählen Sie die aus, die Sie hier im Zweifelsfall als am günstigsten betrachten. Oder formulieren so, dass es weder für Sie noch für andere Personen irgendwie, sage ich mal, unangenehm sein könnte. Ich rechne das auch so im Sinne der islamischen Forderung nach Vermeidung von Rieber. Wenn ich zum Beispiel über jemanden mich beklage in meiner Frage, ist das durchaus denkbar. Aber dann darf ich ihn als Person noch dazu mit seinem Namen, seiner Identifizierung nicht bloßstellen. Ja, das ist auch klar. Also das sind so bestimmte Grundprinzipien, aber ich hoffe, dass das ohnehin sicher ist. Damit würde ich das Wort dann wieder an die Organisation übergeben. Heute überlasse ich es der Organisation, das zu mischen und wie richtig dargestellt. Damit das möglichst lebendig abläuft, werden wir die Fragen-Pools miteinander mischen. Bis Mittag. Also ich lese die Frage so vor. In meiner Familie sind viele vom DIN abgekommen und wollen nichts mehr davon hören. Bin ich dennoch verpflichtet, jedes Mal zu ermahnen oder sollte ich mich da nicht mehr bemühen? Da würde ich es nach der Haltung machen, wie es im Irrenwerten Koran heißt. Fazakir in nafaatir zikra. So ermahne denn, wenn denn die Ermahnung nutzt. Als Faustregel gilt, wenn Sie nicht bemerken, dass die Stimmung günstig ist für Ihre Art von Ermahnung. Und wenn Sie das schon mindestens dreimal in einer entsprechenden Art und Weise getan haben und wenn Sie aus Ihrer Erfahrung heraus davon ausgehen müssen, dass das negative Reaktionen hervorruft, dann lassen Sie es. Wenn Sie aber, egal wie oft Sie es schon probiert haben, merken, jetzt ist gerade ein günstiger Moment oder jetzt hat vielleicht jemand eine Frage gestellt, die auch gar nicht so negativ mehr kommentiert wurde, vielleicht weil eine bestimmte Sache im Leben sich ereignet hat, was den Gesichtspunkt des DIN wieder näher rückt oder dergleichen. Dann würde ich fragen, also mit Fingerspitzengefühl, fragen Sie also generell würde ich sagen, wenn Sie schon des Öfteren über längere Zeit das getan haben und wenn Sie es im Zweifelsfall immer in derselben Art und Weise machten, dann besteht die Gefahr, dass das alles bei der anderen Seite abgestumpft wahrgenommen wird und eher negativ ankommt. Wenn Sie aber merken, dass eine Veränderung kommt und natürlich, wenn Sie sich auch auf diese Veränderung entsprechend einstellen können und die Menschen hier ansprechen können, so dass es Sie erreicht, wenn Sie das vermuten zumindest, dann versuchen Sie es. Vielen Dank. Nächste Frage. Ich wurde streng islamisch erzogen, weshalb ich den Islam leider oft im Unterbewusstsein mit Zwang und Härte verknüpfe. Wie schaffe ich diese anerzogene Islamsicht abzulegen und den Islam mit Positiven zu verknüpfen? Das ist eine grundsätzlich schwierige Lage, ich weiß das, also ich maße mir jetzt nicht zu, als der Aushilfspsychologe hier irgendwas zu sagen. Ich will es so ausdrücken. Ich habe selber mehrere Freunde, die ein ähnliches Problem hatten. Hier hilft, glaube ich, nur, wenn Sie sich, und zwar emotional, ein anderes Verhältnis dazu schaffen. Zum Beispiel, wenn jemand immer zum Gebet gedrängt wurde, dann gibt es Leute, die dagegen einen Widerwillen entwickeln, weil sie es im Unterbewusstsein immer mit diesem Zwang identifizieren, zum Beispiel. Dann ist wichtig, dass man sich einmal hinsetzt, jetzt unabhängig von äußeren Einflüssen, und sich überlegt, was ist denn das Gebet für mich? Was kann es denn für mich sein? Stichwort, Sie müssten alle Dinge, die Sie in Ihrer Erziehung mitbekommen haben aus einem bestimmten Umfeld, eigenständig sich erwerben. Sie müssen sich das so vorstellen, es ist Ihnen aufgedrückt worden in einer speziellen Art und Weise. Und sagen wir mal, diese Art und Weise ist jetzt nicht die richtige gewesen. Und Sie erkennen auch, dass da etwas nicht stimmt, aber Sie können sich von diesem Eindruck des Zwanges nicht lösen. Dann ist die einzige Möglichkeit, dass Sie sich auf andere Weise dem annähern. Und zwar im Sinne eines Selbstständigen, eines freien Menschen. Und tatsächlich ist das auch ein wichtiger Punkt. Der Schöpfer spricht uns als freie Menschen an, dass bestimmte andere Menschen, egal ob unsere Erzieher oder andere, und egal aus welcher Intention auch vielleicht heraus, den falschen Weg nehmen und uns das als Zwang aufdrücken, das hat mit der Sache selber nichts zu tun. Das kann man sich jetzt intellektuell sagen, aber das ändert ja an der emotionalen Haltung nichts. Bei Ihnen ist es so, der Druck und der Zwang, den Sie erfahren haben in Ihrer Kindheit oder in Ihrer jungen Erfahrung, der äußert sich jetzt als etwas Emotionales, nicht rational. Rational haben Sie das sicherlich alle schon nachempfunden, aber das hilft nichts. Es ist auch so, und das ist vielleicht so abschließend dazu ein Ratschlag, es ist unmöglich oder sagen wir nicht effektiv, wenn Sie eine emotionale Angelegenheit mit einer rationalen bekämpfen wollen. Das funktioniert nicht. Das merken wir im Positiven ja genauso. Wir können emotional ein schönes Stück Süßigkeit oder Schokolade begehren und uns rational sagen, das ist aber schlecht für unsere Gesundheit. Wir alle wissen, was gewinnen wird, nämlich die Emotionen. Das ist doch so. Umgekehrt leider auch so. Wenn Sie einen negativen Eindruck haben, der emotional bedingt ist, dann brauchen Sie einen emotionalen positiven Input, um das irgendwie auszugleichen. Es nützt kein Rationaler. Das heißt, wenn Sie emotional bedingt ein Widerwillen gegen etwas haben oder Vorbehalte haben und Sie sich tausendmal am Tag klar machen und in der Nacht aber rational, ist das alles richtig so. Es wird sich nicht lösen lassen. Sie müssen sich also ein anderes Gefühl dazu verschaffen. Und das kann gelingen, wenn Sie sich sagen, so, ich möchte mich jetzt von allem abtrennen und zum Beispiel, ich habe jetzt etwas auswendig lernen müssen als Kind vom Koran und habe dazu jetzt im Moment ein belastetes Verhältnis. Ich würde jetzt freiwillig zum Beispiel diese Sura nicht rezitieren, weil ich sie mit Zwang identifiziere. Durch die Umstände, mit denen ich es gelernt habe. Dann stellen Sie sich einen Moshav gegenüber. Lagern Sie den Moshav auf einem Pult oder auf einem Kissen oder wie auch immer. Ihn gegenüber und setzen Sie sich gegenüber. Und machen Sie sich klar, das hier ist eine Wesenhaftigkeit für sich. Der Ehrenwitter Koran ist eine besondere Sache in unserer Welt. Und es spielt keine Rolle, was ein außenstehender Mensch damit jetzt angestellt hat. Das ändert an dem Wesen des Korans ja nichts. Und es ändert an dem Wesen der Rezitation und der Aybada nichts. Es ändert nur etwas daran, wie ich es aufnehme. Und dann müssen Sie sich davon trennen. Sie selbst müssen sagen, jetzt gehe ich das erste Mal auf den Ehrenwitten Koran zu. Nicht, er wird mir von einem anderen gewaltsam aufgedrückt. Ich will das jetzt. Und überlegen Sie, was es für Sie bedeuten kann. Nicht, was es jetzt für Sie bedeutet, da ist ja noch der Schatten der Vergangenheit, sondern was es Ihnen bedeuten könnte. Versuchen Sie es einmal so. Das ist eine ganz gute Methode. Stichwort, das Symbol oder der Gegenstand dessen, um was es geht, der Koran nicht als Person, sondern als Moshab, als beschriebenes Wort zum Beispiel, steht Ihnen jetzt gewissermaßen gegenüber. So wie Sie sagen würden, eine Person, von der man Ihnen immer Schlechtes erzählt hat, weswegen Sie in Ihrer Kindheit ein schlechtes Verhältnis zu dieser Person hatten, sitzt Ihnen jetzt gegenüber in freundlicher Weise. Jetzt sind Sie gefordert, ob Sie nicht ein anderes Verhältnis zu dieser Person finden könnten. Und zwar nicht nur rational, sondern auch emotional. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, so in dieser Art und Weise langsam Schritt für Schritt vorzugehen. Wie ist der Ablauf der Grabstrafe und wer ist davon getroffen? Ja, das ist so eine der Fragen, die ein Riesenwust nach sich zieht. Da ist erst einmal die Frage überhaupt nach der Art der Existenz in der Grabeswelt, die Frage nach einem positiven und einem negativen Existieren in der Grabeswelt. Das ist ein großes Thema. Ich versuche das mal runterzubrechen, damit wir es knapp machen. In der Frühzeit wissen wir, dass der Prophet sich zu diesem Thema gar nicht geäußert hat und dass das Erste, was er dazu sagte, ein Kommentar war, nachdem einer der Sahaba von einem der Angehörigen der jüdischen Stämme von Madina hörte, es gibt Menschen, die in der Grabeswelt bestraft werden, hat euer Prophet euch nichts erzählt. Das wusste der Sahaba nicht und hat dann den Propheten gefragt. Der Prophet schwieg eine kurze Weile der Überlieferung nach und sagte dann, der Mann hat Recht. Und ab da beginnt die Überlieferungen, wo er etwas dazu sagt. Daraus kommen zwei Dinge heraus, aus dieser ersten Grundhaltung. Eigentlich hätte der Prophet, alaihissalam, dazu am liebsten nichts gesagt. Deswegen ist auch die Frage, ob es unbedingt notwendig ist, in allen Details sich dazu zu äußern. Das Zweite, es gibt eine theologische Auseinandersetzung, die man im Vorfeld wissen muss, nämlich, man ist von den meisten Theologen des Islam, egal von welchen Schuhen, der Auffassung, dass es nicht eine Strafe, dass es nicht zwei Strafen außerhalb des Diesseits für dieselbe Sache geben kann, in der Grabeswelt und in der Jenseitswelt. Das öffnet natürlich jetzt die Frage, worin besteht denn jetzt eigentlich das, was man als Azab al-Qabr oder die Strafe oder die Qual des Grabes bezeichnet. Und wer ist davon wirklich betroffen? In diesem Sinne nehme ich jetzt einmal die Frage auch an. Grundsätzlich, und ich glaube, das ist eine wichtige, wichtige Frage überhaupt, auch bezüglich des Existierens in der Jenseitswelt, des Gerichtstags und so weiter. Das ist ja ein Komplex. Ich sag's mal so. Ein normaler Mensch, ein Mensch wie du und ich, ein Mensch, der grundsätzlich nichts Böses will und der die vernichtenden, ganz großen Sünden vermeidet und der von mir aus auch keine übermäßig hervorragenden Werke im Diesseits getan hat, sondern die üblichen Handlungen. Bei dem können wir davon ausgehen, dass ungefähr die Hälfte seiner Handlungen mehrheitlich positiv und die Hälfte seiner Handlungen mehrheitlich negativ sind. Viele auch im Graubereich. Nun gibt es die Aussage, und die ist koranisch belegbar, dass es keine gute Handlung, keine Salihah und auch im weiteren Sinne keine Hassanah geben kann, als dass sie nicht vervielfacht wird, mindestens zehnfach oder noch mehr, so wie Allah es will. Dass aber nur derjenige, der eine üble Tat getan hat, im allgemeinen Sinne, dass nur dem diese Handlung angerechnet wird. Wenn wir das so betrachten, ist es eigentlich völlig unmöglich, als dass ein Mensch üblicherweise im Plus ist, wenn seine grundsätzliche Haltung zu Iman und zu Allah und zu den Propheten und so weiter positiv ist. Also der handelsübliche Muslim, der weder eine übergroße Sünde tut, noch übermäßig hervorragende Werke tut, dessen Werke im Allgemeinen vermischt sind oder mal Plus, mal Minus sind, im kleineren Sinne, im geringeren Sinne, dessen Rechnung am jüngsten Tag, aber auch in der Grabeswelt, muss ja eigentlich positiv ausfallen. Es kann nur dann diese ganze Rechnung um ein Vielfaches verändert werden, wenn entweder jemand etwas getan hat, was bei dem Schöpfer Sopranautaler ungeheuerlich groß gerechnet wird. Dazu gibt es einige Überlieferungen. Wer etwa das Leben eines Menschen rettet, ihm vor dem Hunger rettet, vor einem Kriegszustand rettet, ihm das Leben rettet aus einer schwierigen Lage, der soll so sein, als hätte er die ganze Menschheit errichtet, wie es im Koran heißt. Das ist jetzt ein besonderer Fall. Das ist eine besonders hochwertige Salihah, die viele anderen vielleicht negativen Aspekte auslöscht. Dann wäre jemand absolut im Plus. Im Negativen könnte das nur dann passieren, wenn jemand eine derjenigen großen Sünden tut und nicht bereut und nicht ausgleicht, die man im allgemeinen Sinne als die Mochlikat, die vernichtenden Sünden bezeichnet. Und zwar darum, weil der Prophet Al-Islam sagte, wenn man diese Dinge tut, und das sind sehr spezifische Dinge, nicht allgemein negative Dinge, sehr spezifische, wenn die getan werden, dann ist es so, diese üblen Dinge vernichten in der Bewertung am jüngsten Tag zumindest die positiven Handlungen so, wie ein Feuer das Brennholz vernichtet. Das gilt aber nicht für negative Handlungen im Ganzen. Das bedeutet, es sind sehr wenige Dinge, die ich jetzt sicher auch nicht alle aufzähle, aber wenn man diese Dinge täte und wenn man sie nicht bereute, konjunktiv, dann sähe es schlecht aus. Aber solange jemand das nicht tut oder wenn ihm etwas Vergleichbares widerfährt, er es bereut, dann kann seine Lage eigentlich nicht so sein, dass er Thema der Qual im Grab ist. Das ist jetzt einmal ganz formal betrachtet. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wie äußert sich das überhaupt? Es gibt das körperliche Grab, das ist nicht das Thema und es gibt das spirituelle Grab, das ist das Thema, denn die Seele kommt nach überwiegender Ansicht nicht in das körperliche Grab, sondern in das geistige. Jetzt gibt es Fälle, wo das geistige und das körperliche Grab anscheinend parallel liegen oder durch irgendeinen Weg verbunden sind in einer Paralleldimension. Wie dem auch jeweils sei, die Seele ist Thema von Lohn und Strafe. Die Seele. Und die Seele ist prinzipiell, das muss man auch verstehen, nicht von Allah dazu geschaffen worden, um gequält zu werden. Es kann die Strafe, egal ob das am jüngsten Tag ist oder ob das ein, sagen wir mal, quellender Zustand in der Grabeswelt ist, das kann nur dadurch gegeben sein, dass ein Mensch, und sagen wir, seine Seele, und sagen wir, sein Herz, und sagen wir, sein Wille, etwas wollte, was ganz gegen seine Natur war. Ich will es einmal so beschreiben. Wenn es in der Sura Adhariyat heißt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّ لِيَعْبُدُونَ und ich habe die Jinnwesen und die Menschen ausschließlich dafür erschaffen, dass sie Aybada verrichten. Und wenn ein Mensch Aybada verrichten wollte und in voller Überzeugung Awas und des jüngsten Tages und so weiter war und versucht hat, die Anrechte der Menschen und der Tiere und der Welt wahrzunehmen, kein Unrecht zu tun, zumindest so, dann kann er meiner Auffassung nach nicht Thema von einer Qual in der Grabeswelt oder gar einer Strafe im Jenseits sein. Wenn er das jedoch entwertet hat in einer berühmten Überlieferung etwa durch übergroßen Hochmut, dann kann er noch so weit wie möglich Gutes getan haben. Hier kommt aber zum Beispiel die Überlieferung herein, wie der Prophet a.s.w. sagte, Allah nimmt nichts an, was durch Hochmut entwertet ist. Aber das ist natürlich wiederum eine bestimmte Eigenschaft und deswegen, es braucht spezifische, sehr negative, zerstörende Eigenschaften. Alles, was damit verknüpft ist, dass man anderen Menschen etwas Böses wünscht, was damit verknüpft ist, dass man sie als Unwert betrachtet, was damit verknüpft ist, dass man ihnen ihre Rechte, ihrem Besitz, ihre Würde, ihrer Familie fortnimmt, alles, was damit verknüpft ist, dass man ihren Ruf zerstören möchte, eben diese Dinge. Das ist auf jeden Fall schon höchst gefährlich. Aber ein Mensch, der das vermeidet und die Dinge, die allgemein als die großen Sünden bekannt sind, vermeidet und insbesondere die großen, die Mochilikat, vermeidet, bei dem wird das nicht eintreffen. Sehen Sie, als Schlusspunkt dazu, die meisten Menschen scheinen heutzutage wie paralysiert von dieser Frage und ich könnte in eine Situation der Strafe und der Qual kommen. Ich sage, zwei Dinge waren für mich, ich kann hier nur von mir sprechen, waren für mich immer entscheidend in meinem Zugang zum Islam. Das erste, das Gottvertrauen. Der Schöpfer hat mich nicht den Islam annehmen lassen, damit ich zugrunde gehe. Nummer eins. Nummer zwei. Wir sehen in der bezeugbaren Welt, dass alles, was Allah erschafft und das alles, was Allah bestimmt hat und das alles, was Allah verkündet hat, uns und den Propheten und so weiter, im Kern etwas Positives, etwas Aufbauendes und von Güte und Überfluss gekennzeichnet ist. Es würde diesem Wesen, dieser besonderen Eigenart, die Allah in die Schöpfung hat, einfließen lassen, überhaupt gar nicht entsprechen, wenn am Ende nach dieser Zeit hier in dieser Welt eine Form von Beurteilung käme, wo man alles bereuen müsste, sondern das Unrecht, die Lüge, der Neid, die Bösartigkeit, der Hochmut, sich hochzustellen über die anderen Menschen und sich als gottähnlich zu wähnen oder zu denken, dass man über alle Regeln erhaben ist. Das sind Dinge, die sind sehr gefährlich, natürlich. Aber wenn das nicht der Fall ist und ich gehe mal davon aus, die allermeisten Muslime zeigen diese Eigenart nicht, dann sehe ich auch keinen Grund zu bedenken. Wenn sie hingegen jetzt, sei es durch Selbstzweifel, sei es durch einen Hinweis anderer Menschen erzieherische Fragen, wie auch immer, der Auffassung sind, dass sie vielleicht zu diesem Kreis gehören könnten, dann empfehle ich, dass sie sich mit diesem Thema insofern beschäftigen. Was sind eigentlich die großen Sünden? Was sind eigentlich die Dinge, bei denen von dem Propheten a.s. gesagt wurde, das ist ein Thema, was zu der Qual führen kann? Und wenn sie hier nicht darunter etwas finden, was sie getan haben, dann sind sie auch nicht Thema davon. Prinzip ist, dass der Schöpfer ausdrücklich gesagt hat, meine Barmherzigkeit besiegt meinen Zorn. Aber auch, er wird nirgendwann so zornig sein wie am Tag des Gerichts. Aber warum wird Allah zornig sein? Weil es ein Wesen ist, zornig zu sein? Nein, er zürnt wegen des gewaltigen Unrechts, was sich angehäuft hat in der Existenz des Diesseits, was nun beglichen werden muss. Durch Gerechtigkeit, manchmal. Durch Vergebung, manchmal. Durch Ausgleich, manchmal. Durch Paradies oder das Gegenstück, manchmal. Und das Überwiegende ist, es geschah Unrecht. Die Gottesdiener haben die Erde mit Unrecht und mit Dunkelheit erfüllt. Aber das war nicht die Absicht des Schöpfers. Die Prüfung besteht darin, dass der Mensch mit seiner eigenen Schlechtlichkeit konfrontiert wird. Nicht, dass Allah das getan hat. Deswegen, Wir haben ihnen kein Unrecht getan, sondern sie selbst haben sich Dunkelheit und Unrecht zugefügt. Wenn sie meinen, dass sie jemand sind, der sich Unrecht zugefügt hat, dann ist es an der Zeit zu bereuen, sich das Ganze genau zu überlegen, eine Muhassadat und Nafs zu machen und die Rückkehr ist immer möglich. Aber wenn sie nach bestem Wissen und Gewissen hier nicht sehen können, dass sie ein Thema dieser mit Strafe angekündigten Dinge sind, dann brauchen sie sich darüber auch keine Gedanken zu machen. Und nicht vergessen, am Ende ist auch wichtig in der Überlieferung, so wie du erwartest, deinen Herrn zu sehen, so wirst du ihm begegnen. Und es gibt mehr als eine Überlieferung, wo jemand, der auch durchaus ein Sünder war, dem Schöpfer gegenüber tritt am jüngsten Tag und wo er gefragt wird, dann sagt, ich habe all das getan, was ich getan habe, aber ich war doch in der festen Überzeugung, dass du der Allvergebene bist und ich ging immer von dir in dieser Hinsicht aus und habe mich so verhalten. Dann ist das ein Grund, dass der Schöpfer ihn freilässt, dass es deutlich überliefert. Das heißt, wer an die Barmherzigkeit Allahs appelliert und auch in dies Zeit, das ist natürlich wichtig, der festen Überzeugung war, dass das geschieht und nach seinem besten Wissen und Gewissen so gehandelt hat, auch wenn er falsch handelte, der hat immer eine Chance. Vielen Dank. Wir haben jetzt ein paar Handzeichen. Hier haben wir mal die dran. Ja, das ist eine wichtige Frage und das betrifft ja nicht nur das Jümmer-Gebet, sondern es betrifft ja grundsätzlich alle rituellen Gebete. Denn das ist in Deutschland nicht anders als in Österreich. Also ich habe das beiden Kind gelernt. Die öffentlich-rechtlichen Schulen nehmen auf die Gebetszeiten keine Rücksicht. Ohne Bewertung, es ist einfach so. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Beim Jümmer-Gebet natürlich gibt es die nicht so in der Art und Weise. Das heißt, was ist jetzt die Betrachtung, wenn der junge Mann, sagen wir mal, formal verpflichtet ist und was auch wichtig ist, dass er ja überhaupt will, er muss es ja freiwillig auch wollen und dennoch es nicht kann, weil er quasi durch die Schule, durch die Schulzeit, durch die Verpflichtung, vor Ort zu sein, gezwungen wird. Ich sehe das parallel, vergleichbar also, wie mit einem Erwachsenen ganz allgemeiner Art, der gezwungen ist, eine Arbeit zu tun, also gemeint zu diesem Zeitpunkt, der nicht freigestellt wird um das Freitagsgebet zu willen und der mit seiner Entlassung rechnen würde oder müsste, wenn er es täte. Das ist bei dem Jugendlichen natürlich aus zwei Gründen noch stärker und sagen wir mal, wenn er aus diesem Grunde nicht zum Freitagsgebet geht, wäre er in dieser Hinsicht entschuldigt, jetzt formal, was die Pflicht angeht, nämlich erstens, er untersteht neben der elterlichen Pflicht ja auch der Schulaufsicht und das wird speziell in Deutschland über die allgemeine Schulpflicht eingezwungen, das heißt, wenn er des Öfteren nicht da wäre, dann könnten er und seine Eltern belangt werden, das ist ja nicht der Zweck der Übung und das Zweite, dass auch keine Rücksicht auf ihn genommen wird in der Gestaltung der Stunden, das heißt, je nachdem, was das für ein Unterricht ist, würde ihm etwas entgehen. Jetzt könnte man sagen, darauf könnte er noch im Zweifel vielleicht verzichten, nur das Problem kann sich multiplizieren. Jetzt von der Praxis her. Wenn es nicht möglich ist, dass er zum Freitagsgebet geht, dann ist grundsätzlich, obwohl er prinzipiell verpflichtet ist, die Pflicht aufgehoben, weil eine wichtige Bedingung für die Verpflichtung zum Freitagsgebet nicht nur das Alter ist, also dass er barlich ist, in dem Sinne also geschlechtsfrei, sondern auch Aspekte wie die Freiheit und die Verfügung, also auch zum Beispiel ein Erwachsener, der durch bestimmte Umstände gehindert würde oder der Angst hat, auf die Straße zu gehen, weil er in seiner Gesundheit, in seiner Würde, in seiner Ehre belangt würde oder jemand, der den Weg nicht finden kann oder Ähnliches. Es gibt solche Bedingungen in den klassischen Viertbüchern, dann würde die Pflicht, solange diese Bedingungen so bestehen, temporär für dieses Freitagsgebet von ihm entfallen. Ich sehe das so, dass man die Verpflichtung hat, wenn man merkt, dass ein junger Mann in der Lage ist, das Freitagsgebet zu verrichten, dass man zunächst einmal ihn selber fragen muss, ob er innerlich hierzu eine Beziehung hat. Warum? Sich den ganzen Aufwand zu machen, wenn jemand sagt, ich will aber gar nicht zum Freitagsgebet gehen, lohnt sich nicht. Es muss erst mal ein Bedürfnis des jungen Mannes sein. Das Zweite, wenn das Bedürfnis da ist und die Verpflichtung formal da ist, dann wäre die Frage, ob man eine Einigung mit der Schule bekommen kann. Das liegt aber auch tatsächlich daran, ob es in unmittelbarer Nähe eine Moschee oder eine Gemeinde gibt, die das Freitagsgebet durchführt, sodass man sagen könnte, es entgeht ihm vielleicht nur eine minimale Zeit. Wenn er zum Beispiel, wenn man weiß, es hängt davon ab, ob die Gemeinde diszipliniert das Freitagsgebet verrichtet, dass zum Beispiel die Gemeinde, sagen wir mal, um ein Uhr oder kurz nach eins wirklich pünktlich mit dem Freitagsgebet, mit dem eigentlichen Pflichtgebet beginnt und er würde sagen, von der Predigt habe ich vielleicht nur ein oder zwei Minuten mit, das ist auch nicht verpflichtend. In dem Sinne, er muss nur einen Teil mitbekommen, wenn möglich. Das Freitagsgebet selber muss er aber irgendwie erreichen. In dem Sinne, wenn wir jetzt von der Pflicht ausgehen. Unabhängig davon, dass er vielleicht länger dabei bleiben möchte, aber das ist dann eine Frage des Möchtens und nicht des Müssens. Wenn jetzt eine Einigung bestünde, dass man sagt, in unmittelbarer Nähe wird jetzt eine Gemeinde sein und er könnte das zu Fuß ohne Problem innerhalb von, sagen wir mal, fünf oder zehn Minuten erreichen oder er könnte abgeholt werden bei der Schule und könnte innerhalb von wenigen Minuten dort sein und quasi dann teilnehmen und er würde dann eine Viertelstunde teilnehmen oder zehn Minuten teilnehmen, halt so, dass er das Pflichtgebet vollständig dort erreicht und ein Doha machen kann und würde dann wieder zurückgebracht werden zur Schule. Wäre das akzeptabel, das müsste man mit der Schulleitung verhandeln, das ist eine Frage der Schulleitung und nicht des Lehrers. Ich würde es zumindest probieren und wichtig ist, wenn ein Elternteil in dieser Lage sich der Sache bewusst ist und wenn auch der junge Mann das will und wenn man sich schon vorerkundigt hat, wie sähe das aus, ist das machbar, ist das zu managen, entweder für ihn alleine oder für jemanden, der ihm mithilft, ihn abholen könnte, dann würde es sich lohnen, sich mit der Schulleitung in Verbindung zu setzen und das zu thematisieren. Das sollte man, muss man auch dann thematisieren, damit es nicht eskaliert. Wenn das so ist und wenn man sich hier einigt und man sagt, okay, wir kriegen das in einem Rahmen von plus minus 20 Minuten hin, dann ist natürlich wichtig, dass der betreffende Lehrer nicht mit der Stopp oder der Sitzende sagt, es ist 21 Minuten, du wirst es als fehlend eingetragen oder so. Aber dass man hier weiß, worum es geht. Wenn man einen Unterricht von 50 Minuten hat, kann es sein, dass das abgelehnt wird, hat man eine Doppelstunde, sieht es vielleicht anders aus, liegt eine größere Pause, dazwischen sieht es ja auch anders aus. Also beispielsweise, wenn jetzt ab 13.15 Uhr, sagen wir mal, eine große Pause beginnen würde, das Freitagsgebet im engeren Sinne würde um 13 Uhr beginnen. Und er würde quasi sagen, wenn ich jetzt, sagen wir mal so, zehn Minuten vorher den Unterricht verlassen könnte, in diesem Fall, wäre mir schon gedient und dann würde auch keine weitere Stunde verloren gehen. Dann klingt das ja schon ganz anders, als wenn ich sage, von 50 Minuten werde ich mehr als eine halbe Stunde nämlich da sein. All das müsste man überlegen und wirklich genau eruieren. Und wenn das dann soweit klar wäre, dann kann man anders verhandeln. Ich sehe es als eine Verhandlungsfrage. Ähnlich habe ich das früher mit Arbeitgebern auch gemacht. Vielen Dank. Also, darf ich als Hijab-tragende Muslimer bei einem schwulen Friseur die Haare schneiden lassen oder zählt ein Mann immer als Mann, auch wenn seine sexuelle Orientierung eine andere ist? Entscheidend sind zwei Dinge. Das eine ist natürlich grundsätzlich die Geschlechtlichkeit und das andere ist aber auch das Vorbild. Wenn wir bei der Geschlechtlichkeit bleiben, dann ist auch klar, dass viele Leute, die homosexuell sind, nicht nur und nicht alleine homosexuell sind, sondern zum Teil auch bisexuelle Neigungen haben. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und sagen wir mal, das könnten Sie ausschließen. Dann wäre immer noch die Frage des Vorbildes. Denn von außen her betrachtet ist der Homosexuelle trotzdem ein Mann. Und das ist nicht als günstig. Es ist die Frage, welchen Eindruck das macht. Es stellt sich immer die Frage, wenn Sie Ihre persönliche Freundin, von der Sie bisher nur wirklich sehr Anständiges und sehr Gutes mitbekommen haben, in der Situation sehen würden, was würden Sie von der Lage halten? So sollten Sie das für sich selbst auch beurteilen. Okay, vielen Dank. Also das wird es in ganz sehr kurz noch mal eine Frage machen. Sind Versicherungen halal speziell für Unternehmen mit Service-Dienstleistungen für Muslime mit Sitz in Deutschland? Beispiel Cyberversicherungen, Rechtsschutz, Berufsunfähigkeitsversicherungen? Wie ist denn hier für eine Ahnung? Also das ist auch nicht so cool, was mir das auch noch nicht so gut habe. Was ist das auch nicht so gut?